Eischgrund Der Eischgrund liegt in Franken, der größere Teil in Mittelfranken, der kleinere in Oberfranken zwischen dem Steigerwald im Norden und der Frankenhöhe im Süden, in einem Dreieck, das die Städte Nürnberg, Bamberg und Neustadt an der Eisch bilden. Orte mit historischer Altstadt und fränkischem Freilandmuseum Das Meerrettichzentrum Mit seinem ehemaligen Wasserschloss mit dem Flügelaltar in der ST. Johanniskirche und dem ehemaligen Schloss Rockenbach mit dem Flügelaltar in der ST. Johanniskirche und dem ehemaligen Schloss Rockenbach. Mit der Burg Hoheneck ist berühmt für seine historischen Wasserschöpfredder. Mit dem romanischen Münster mit dem Karpfenmuseum im Alten Schloss. Mit dem Kloster Schwarzenberg mit dem Spielzeugmuseum im Alten Schloss mit dem Zirkelmuseum. In Oberfranken, ist weit bekannt für den Kreuzberg. Weitere Ziele südlich von Schwebheim. Die Eisch fließt von der Frankenhöhe über den Eischgrund bei Treelsdorf in die Regnitz. Hintergrund der Eischgrund ist das Land der Teiche und der Fischzucht, am Oberlauf der Eisch. Er ist bekannt für Spezialitäten, wie den Eischgründer Spiegelkarpfen. Die Teichwirtschaft ist ein bedeutender wirtschaftlicher, aber auch kultureller Faktor, der die reizvolle Landschaft der Region prägt. Mit dem Flugzeug der nächstgelegene internationale Flughafen ist er. Mit der Bahn die Region kann über die Bahnlinie Würzburg-Nürnberg mit den Haltestellen in Neustadt A.D.Eisch Bahnhof oder Mitte, oder über die Bahnlinie Neustadt A.D.Eisch Steinach A.D.N.S. mit den Haltestellen Dietersheim, Ipsheim, Bad Winsheim erreicht werden. All Bahnhöfe liegen im Gebiet des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg VGN. Auf der Straße der Eischgrund zwischen den Autobahnen und und wird von der Bundesstraße durchzogen. Mobilität der Eischstallradweg führt von Rotenburg ab der Taube über Bad Winsheim, Neustadt an der Eisch, Höchstatt an der Eisch bis nach Bamberg. Sehenswürdigkeiten in Neustadt an der Eisch Aktivitäten Sunpipe-Symbol 200 BX-Pipe-Symbol Radweg bei Adelsdorf Frankentemme Thermalbad mit vielen Salzwasserbecken und einem 750 Quadratmeter großen, ganzjährig beheizten Badesee, mit einem Salzgehalt von 26,9 Prozent. Dies entspricht vollgesättigter Sohle. Dies bietet einen enormen Auftrieb und ein einzigartiges Schweberlebnis. Der See wird auch das fränkische Totemär genannt. Acht Familienbrauereien haben sich zur Eischgründer Bierstraße zusammengeschlossen und bieten alles rund ums Bier, bis hin zu Kutschfahrten von Brauerei zu Brauerei. Radfahren Die etwas hügelige Landschaft mit viel Grün lädt zu Radtouren ein. Eischstallradweg Fränkischer Karpfenradweg Karpfen der Karpfen ist die Eischgründer Spezialität. Infos über den Fisch, Rezepte zur Zubereitung und Restaurants, die Fischgerichte mit dem Eischgründer Karpfen in der Riesse. Die Karpfenregion anbieten sind unter www.karpfenschmeckerwochen.de zu finden. Diese kulinarische Spezialität wird aber nur in Monaten serviert, welche den Buchstaben R in ihrem Namen haben, also von September bis April. Neben den altbekannten gebackenen Karpfen und Karpfenblau haben sich durch das Gräten geschnittene Karpfen viele weitere Möglichkeiten eröffnet, um den Hauptspeisefisch des Eischgründes zuzubereiten. Häufig werden die Gasthäuser auch als Fischküchen bezeichnet. Die inneren Geschlechtsteile des Karpfens, auch Milchner und Drogen genannt, gelten in ausgebackener Form als besondere Delikatesse und sind in der Gegend als in Gräisch, Innereien, bekannt. Die Eischgründer Karpfenschmeckerwochen finden jedes Jahr im September und Oktober statt. In diesen Wochen werden von den teilnehmenden Gasthäusern besondere kulinarische Zubereitungsarten für die Karpfen angeboten. Kren im Eischgrund gibt es noch rund 100 Krenbauern. Die Meerrettichwurzel liebt die nassen Lehmböden der Gegend. Im April pflanzen die Krenbauern die Fechser, die Ableger der ausgewachsenen Wurzel. Ende Oktober, wenn die grünen Blätter des Krens sich gelb färben, beginnt die Ernte, die bis Weihnachten dauern kann. Einige der Krenbauern sind selbst Vermagter, verarbeiten den Kren nach traditionellen Rezepten und verkaufen die Produkte in ihren Hofläden und auf Märkten. Ausflüge im Norden liegt der Steigerwald, auch ist Nürnberg nicht weit entfernt. Wanderungen, Touren und Stadtführungen bietet, eischgrund-touren.de Wanderkarten Fritsch-Wanderkarte 1.50.000, Nummer 66, Bamberg, Feuchheim, neue Auflage kommt im Frühjahr 2009. Fritsch-Wanderkarte 1.50.000, Nummer 71, Frankens gemütliche Ecke, LKRS. Neustadt A, auf dieser Karte ist der Radweg leider nicht eingezeichnet. Schöpf-Wanderkarte 1.50.000, Nummer 76, Bamberg, Feuchheim, neue Auflage kommt im Frühjahr 2009.